Die droppen alle. Entweder droppen sie Schwarzpulver und es kommt nicht an durch die Kaktele. Oder es ist was anderes schiefgelaufen. Ach man, das ist doof mit dem Schwarzpulver. Ah, einmal ist durchgekommen. Ja, ist wieder was decayed. Ja, ja. Wie schnell es mit dem Tod im Leben schon vorbeigeht. Ich finde das doof. Das landet alles in den Kakteen. Da muss es doch was anderes geben. Andere Möglichkeiten. Ach ja. Naja, okay. Lässt dich jetzt erstmal nicht. Mensch, das ist die erste Monster-Falle. Wir haben da auch gerade erst angefangen. So. Danke. Wäre schön, wenn das jetzt noch abfließen würde. Sehr schön. Okay. So, der eine Faden ist nämlich, ich habe da gerade gesehen, im Dings gelandet. Im Kaktus. Na, okay, okay. Wir haben jetzt ein bisschen was gesammelt. Gutes. Okay, okay. Rotten Flash. Gerade für uns und auch die Kate. Ich liebe dieses Tod. Okay. So, wir machen uns hier eine große freie Fläche. Für was werdet ihr demnächst noch erfahren? In den nächsten Teilen. In dem Fall. Warum auch nicht? So, der Sandplatten ist runtergekommen. Den machen wir weg. So, dieser Baum hier hat das Leben auch nicht mehr verdient. Und dann werde ich auch bald aufhören. Das macht einfach... Das macht einfach keinen Sinn mehr. Ja. Alter, schon wieder ein Tintenfisch. Das gibt's überhaupt nicht, ey. Ich werde ihn in X-Säcken ertrinken werden wir. So, dankeschön. Wir haben fast 16 EXP-Leisten. Und die will ich nur ungern... ...in einem ungünstigen Zusammentreff mit einem Creeper verlieren. Äh, ja. Das wäre gesagt. So, hier sind die ganzen Bäume weg. Das ist gut. Dann machen wir den hier noch weg. Hier ist ja sowieso die Hälfte angezündet worden. Von daher... Dann machen wir den noch weg hier. Den langen... Den langen... Wortwitz. Sehr schön. So, wo hängt hier jetzt noch überall was drauf? Hier. So, okay. Äh. Jo. Und den hier machen wir noch weg. Was ist das denn für Musik, bitte? Leider. Das hatten wir, das meiste hier hatten wir schon. Echt? Nehmen wir das. Guck mal, hier liegen noch ein paar Zepplinge rum, schätze ich mal. Ja, ein paar ist gut. Ein paar viele halt. Forcing safe, 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 complete. Ist, finde ich, gut. So, du kommst noch weg. Und du kommst noch weg. Und du. Und du. Und du. Und du. Und du. Und du. Können wir ja jederzeit was Neues hin kippen mit ein bisschen Bauenmiel. Haben wir ja sogar welches. Ich weiß gar nicht, woher wir das bekommen haben. Was eine Schatzkiste könnte sein. Kiste. So, hier drüben steht ja sowieso nichts mehr. Hier werden wir so oder so irgendwie noch ein bisschen aufräumen müssen. So. Okay, dann gehen wir noch einmal jetzt nach den Zeppling gucken. Noch einmal zur Monsterfalle. Dann gehen wir unser Zeug einsortieren. Und dann ist hier Schluß. Sappenduster ist es dann. So. Liegt hier noch was rum. Ansonsten kann der Rest von mir aus verschwinden. Ein Holzstück liegt hier noch rum. Danke. Okay. Wir essen mal schnell noch was. So. Dann gehen wir noch einmal schnell hier runter. Und dann ist gut. Und dann ein bisschen Zeug gibt es da. Ist schon ja eine ganz schöne Party am Laufen. Okay, warten wir mal. Müssen wir jetzt mal leider noch abwarten. Was heißt leider? Dazu mache ich die Anzeigen mal aus. Aber was hier für eine Party geht, alter. Habt ihr gerade das ganze Schwarzpulver gesehen? Und es ist fast alles in den Kakteen gelandet. Oh nein, alter. Oh nein, alter. Was gibt es überhaupt? Aus. Ah. Scheiß Kabel hier. Ach, wenn so viele. Ich weiß nicht, wenn so viele da drin stehen in diesen Dingen. Da fliegt vieles in die Kakteen. Ach. Ist das nicht toll. Die ganze Creeper, alter. Das gibt's ja überhaupt nicht. Loll, ey, lol. Jetzt ist es schon wieder... Ach man, so viel schöne Zeug, landet einfach. Sinnlos irgendwo. Schon wieder Schwarzpulver weg. Ach, dabei ist es doch Mangelware. Ach ja. Ja, ja, mühsam. Aber gut. So, der will nicht freiwillig. Ja, wo ist denn der Typ, Alter? Ach, jetzt stirb's schon. Komm, komm, komm hier rüber. Mach mal so. Ach, geht doch. Gut. Hätten wir das. Äh, es ist dunkel, das ist nicht gut. Ihr könnt mir alle mal im Dunkeln begegnen. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Jawohl. Ja, sechs Creeper auf einmal. Fickt euch alle einfach. Oh, scheiße. Mist. Wo hat er das Loch jetzt reingekommen. Weg von dem Haus, Alter. Weg von dem Haus. Ich sag's dir. Nein! Ah. Weg von dem Haus. Oh, oh. Na komm, stirb. Nein! Oh. Das war knapp gerade, Alter. So, 16 Leisten haben wir. Hier liegt noch ein Stein. So, du stirbst jetzt auch noch, bitte. Danke. So, geht doch. Meine Fresse, ey. Wird alles kaputt gemacht. Schlimm ist das, schlimm. Alt und vergammelt. So, wir bringen unser Zeug weg. Cobblestone. Haben wir ganz schön was gesammelt hier, meine Herren. So, dort, dort. Und dort. So. Zwei Wassereimer sind hier dran. Sind los. So, hier haben wir nix zum Reintun. So, aber hier haben wir ein bisschen Sand haben wir. Und Kravil haben wir nicht. So, Kohle haben wir ein bisschen. Flint haben wir keinen. So, Naturzeug. Zack, zack. Machen wir mal so hier. Das ist alles nicht natürlich. Also doch, teilweise schon. Zack, zack. Zack. So. Okay. Und so. Zack. Zack. Zack, zack. 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 64 zu 24. Und die hauen wir doch hier rein. So. Okay, ihr Lieben. Und mit einem einfachen, herrlichen... Mit einem einfachen und herrlichen... Mit einem einfachen und herrlichen... Auch gern nochmal. Mit einem einfachen und herrlichen... Nochmal. Mit einem einfachen und herrlichen... Verabschiede ich mich von euch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das war es erstmal für die erste Session. Die zweite gibt es erst in... Ich weiß gar nicht, in einer Woche? Oder zwei Wochen? Ich weiß gar nicht, weil mein lieber... Ja, Spielpartner da nicht da ist. Der ist Domi. Der studiert nämlich. Ähm... Und deswegen... Gestaltet sich das als schwierig. Und deswegen werden wir die nächsten Tage wohl kein Minecraft Together mehr spielen. Aber das, was ich aufgenommen habe, reicht in jedem Fall für einige Wochen. 1100 Milliarden prozentig. Ich wünsche euch jetzt, wie immer, bei dem, was ihr jetzt als nächstes tut, viel, viel, viel Spaß und Glück, falls es das braucht. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch viel, viel Spaß. Schaut mal unsere anderen Videos an, wenn ihr Zeit und Lust habt. Also, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt, let's play Minecraft Together mit Stormcatcher. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Timotius555, beziehungsweise eben wir. So, und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sag nur mal, tschausen.